Es gibt mal wieder ein Mega-Leak zu Assassin's Creed Valhalla. Was das ist in diesem Video, bleibt dafür auf jeden Fall am Dank. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath, hier dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also sehr gerne hier unten mit einem Abo mit dabei, ja. Und es gibt natürlich mal wieder ein Mega-Leak hier vom lieben Lexus Games. Und der Lexus Games, der hat hier einiges an neuen Packs geleakt in zwei Videos. Das heißt, wir haben einiges anzusehen, einiges hier, um einzusteigen in die Masse. Lexus Games nochmal kurz hier, der Kanal ist das. Habe ich ja hier schon öfters gezeigt. Ja, was gibt es? Es gibt drei Packs, die jetzt geleakt wurden und vielleicht sogar vier. Ich glaube, es sind nur drei. Absolut abgefahren, ja. Einmal Zwielichtrüstung, wie es mir hier scheint. Ein neuer hundischer Bogen. Gehen wir direkt schon mal auf die Stats ein. Ein Arrow shatters on impact, dealing area damage around the target. Also bei einem Headshot macht dein Pfeil Flächenschaden. Er zersplittert in diverse Partikel, was super cool ist. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Die Zwielichtrüstung lässt dich Lava fast schon aufbauen. Und wenn du dieses Build-Up gemacht hast, dann gibt es bei einem Finisher Lava Bursts. An den Eisscharts gibt es bei einem leichten Finisher und Lava Bursts bei einem schweren Finisher. Ziemlich cool, wie ich finde. Also so diese Effekte, die da dann raussprühen werden aus der Rüstung. Ubisoft wird merklich mystischer. Und das natürlich vor allem im Hinblick auf das nächste DLC, was hoffentlich bald angekündigt wird. Das dritte DLC von Assassin's Creed Valhalla, was ja jetzt total abgefahren sein wird. Ich persönlich muss sagen, endlich mal etwas, was nicht nur ein absolut stupider Reskin ist. Ein innovativerer Ansatz an die Rüstungen, wie wir es auch schon in letzter Zeit häufiger hatten. Warum nicht früher Ubisoft, frage ich mich an der Stelle. Warum nicht früher? Warum hat man sich nicht zu einem anderen Zeitpunkt mal gedacht, okay, wir bringen jetzt was Cooles raus, was Neues raus. Mit einem schönen Effekt. Statt einfach nur zu sagen, wie bringen wir dasselbe nochmal anders raus. Also, I don't get it, man. Ganze vier Waffen scheint es hier zu geben. Gucken wir mal kurz. Er geht da nie so im Detail auf die Effekte. Deswegen muss ich hier immer pausieren. Denn Finisher mit dieser Waffe werden immer kritisch sein. Also ihr seht, hier geht es um Finisher. Kritischer Schaden mit Finishern macht 100% mehr Schaden. Und dann auch noch diese Eissplitter oder beziehungsweise bei einem schweren Finisher die Lava Bursts. Finde ich abgefahren. Algurnier, eine mythische Dänenachs. Das ist eine Zweihandachs. Da nochmal zu eurer Information. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Er equipt jetzt nochmal das gesamte Set. Soweit ich das weiß. Und geht dann hier Stück für Stück durch bis zu den Schuhen. Und jetzt sehen wir hier nochmal den Shattered Destroyer. Eine weitere mythische Dänenachs. Diese Waffe schickt hier Fragmente bei Spezialattacken raus. Die auch wieder entsprechend Flächenschaden machen. Finde ich auch eine interessante Sache. Was sind Spezialattacken? Das ist die Frage. Ist das der Finisher? Ist das eine Fähigkeit? Das muss man noch herausfinden meiner Meinung nach. Die Beschreibungen der Waffen, die sind nicht die stärksten in Assassin's Creed Fall Haller. Und vor allem die Übersetzungen nicht. Aber meiner Meinung nach ziemlich schickes Ding. Also kann sich sehen lassen. Lava Effekte sind da. Sehr, sehr geile Sache. Auch jetzt nochmal hier mit dem Umhang. Mir gefällt es. Ein Lied von Eis und Feuer. Das ist, was mir dazu einfällt. Und das Ganze bringt hier wahrscheinlich uns von Jotunheim nach Hellheim oder so. Mal gucken, wo es uns dann wirklich hin verschlägt. Und hier zeigt er nochmal ein paar schöne Screenshots. Die neuen Waffen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch noch vorstellt. Ne, leider nicht. Die haben auch so Fragmente. Ah, ich glaube, hier sind Screenshots wenigstens von den Waffen noch. Die Schwerter. Meine Fresse. Die sehen geil aus, oder? Also das sieht mal total Isu-mäßig abgefahren aus. Und ich liebe die Optik davon. Bei dem Mount muss ich sagen, bisschen over the top. Ja, außerdem haben wir jetzt festgestellt, Pferde sind schneller als Luchse, Wölfe und Co. Also Pferde sind die besten drei Tiere in Assassin's Creed. Das war schon in Origins so. Da waren Kamele langsamer. Jetzt sind hier wieder die Katzen langsamer. Zumindest in der Beschleunigung, nicht im Höchsttempo. Auch ein neuer Rabenskin ist mit dabei. Finde ich eine solide Sache. Finde ich, sieht auch relativ schick aus. Also da hat sich Ubisoft mal wieder ein bisschen Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt passend zum Weihnachtsgeschäft dann eben coole Sets rauskommen. Kann ich mir gut vorstellen, leider. Man kennt es ja. Derselbe Lexus Games. Das hat jetzt noch ein zweites Video hier rausgehauen. Und zwar Part 2 von den Assassin's Creed Valhalla Packs. Und auch das können wir uns nochmal gemeinsam entspannt angucken. Ich freue mich, euch hier nochmal zwei Sets zeigen zu dürfen. Beziehungsweise uns zeigen zu lassen. Einmal das Shinobi Set Nacht. Und dann gibt es das selbige Set nochmal für den Tag, wie wir es neulich auch in einem Pack hatten. Ja, mehr Mikrotransaktionen sind drin. Aber ich hoffe, dass das Ganze dann auch günstig ist. Es ist natürlich de facto nur ein weiteres Set mit einem Reskin. Aber wenn es gratis dazu ist, in Anführungsstrichen gratis, dann ist es okay. Es kommt da wirklich doch das Pricing von Ubisoft an, wie man das jetzt finden kann, dass es da zwei gibt. Ich denke nicht, dass die einzelnen verkauft werden als Pack. Sondern das Paket wird beide Sets meiner Prognose nach enthalten. Shinobi Nacht. Und die unterscheiden sich wie folgt. Kritische Chance ist erhöht, wenn du das Ganze equipped hast. Ich glaube um 10 oder 15 Prozent. Also ziemlich viel. Außerdem wird dein Tempo erhöht, wenn du Yoro, Giri und Onimaru trägst. Und das sind zwei Kurzschwerter, die eben dazu passen. Und dann hast du eben einen Fünfer-Set-Bonus. Ich glaube, dieses Set hat tatsächlich nur einen Fünfer-Set-Bonus. Du kannst es nicht kombinieren mit dem Tagesset. Und hat einen Fünfer-Set-Bonus, der dann korreliert mit den beiden Waffen aus diesem Paket. Ja, also auch hier Yogiro, Yogo. Digger. Ihr wisst, wie es heißt, oder? Ihr könnt es sicherlich besser. Ich bin nicht so bewandert, was die japanische Sprache angeht. Leider. Aber sehr faszinierend, muss ich sagen. Hut ab, wer das Ganze kann. So, hier. Yoro, Giri. Kritische Chance. Wird um 10 Prozent nach dem Kill erhöht. Jetzt die Frage, ist das stackbar? Ich glaube nicht. Aber 10 Prozent. Holy Shit. Und endlich haben wir mal hier einen absoluten Verhältniswert. Einen absoluten Verhältniswert. Legendär genannt. Aber wir haben jetzt hier nicht mal Krit-Chance 10. Und keiner weiß, was das heißt. Sondern 10 Prozent. Das versteht jeder. Das versteht jeder. Jetzt ist noch die Frage, 10 Prozent Aufschlag auf die vorhandene kritische Treffer-Chance oder 10 Prozent von 100 Prozent? Und ich gehe davon aus, denn Prozent von 100 ergibt Sinn, oder? So, das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles. Ich glaube, Katana butchert mich in den Kommentaren, wenn ich damit falsch liege. Sehr, sehr geile Waffe. Ich liebe das. Er zeigt jetzt hier zuerst das Nachtset. Und ja, du siehst halt aus wie so ein Samurai aus Ghost of Tsushima. Mal gucken, ob... Also, es sieht aus wie Ghost of Tsushima. Bin ich early an der Stelle, bin ich ehrlich. Ich bin ja schon wieder im Weihnachtslook übrigens. Ich hoffe, ihr auch in Weihnachtsstimmung. Denn die Weihnachtsmärkte machen jetzt alle auf. Da muss man in Weihnachtsstimmung sein. Ist klar, oder? So, mit Cape sah das so aus. Und ohne so. Ich finde es cool. Abgefahren, mal ein bisschen was anderes. Und ja, passendes Reitier gibt es dazu. Einen dreischweifigen Fuchs mit Feueraugen. Auch natürlich ganz, ganz an die japanische Kultur angelehnt. Und eine Hommage an Ghost of Tsushima, könnte man fast schon sagen. Jetzt geht es ans Tagesset. Und das unterscheidet sich wie folgt vom Nachtset. Increased critical damage when equipped. Vorher hatten wir kritische Chance. Jetzt haben wir kritischen Schaden. Aber auch der Fünfer-Set-Bonus, beziehungsweise mit beiden Schwertern, Yorogiri und Onimaru, hast du einfach mal das Tempo auf den Höchstwert erhöht. Und das wird dann Schlitz, 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 Schlitz sein. Beziehungsweise ist es noch nicht, also mir ist nicht absolut klar, handelt es sich um den Waffenspeed oder um die Bewegungsgeschwindigkeit. Aber da es eigentlich nur eine Bewegungsgeschwindigkeit gibt, muss es um den Waffenspeed gehen. Es ist nur nicht 100% klar an der Stelle, wo wir schon mal bei Prozentrechnung sind. Mir zumindest. Ich vermute aber zu, sagen wir, 98%, dass es sich hier um entsprechend das Angriffstempo handelt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die zweite Waffe, auf das andere Katana. Und ich gehe auch davon aus, dass es einfach das in Grün ist. Dasselbe in Grün. Das sagt man nicht nur so, sondern es ist wahrscheinlich auch so. Increased critical damage by 10% after a kill. Also während es beim Nachtset um Krit Chance geht, geht es beim Tagesset um Krit Schaden. Was schade ist, weil es zusammen einhergeht. Du machst kritische Treffer, wenn du eine hohe kritische Chance hast. Und wenn du eine hohe kritische Chance hast, machst du häufig hohe kritische Treffer. Das zu trennen, finde ich schwierig. Ich persönlich finde Krit Chance stärker, weil es so viele On-Krit-Effekte gibt. Wie zum Beispiel Heil dich bei einem kritischen Treffer. Mach Feuerschaden oder mach eine entzündete Waffe bei einem kritischen Treffer. Das sind alleine so starke Effekte, die du mit dem Nachtset kombinierst. Ich glaube, ich werde das Nachtset tragen und das Tagesset darauf transmogen. So ist, glaube ich, meine Herangehensweise. Und ich frage mich, was da noch für ein Dolch links unten war, den er noch nicht equipt hat an der Stelle. Kommen jetzt nochmal hier die Füße. Und scheinbar, ich weiß nicht, ob das Nachtset das führende Set ist, aber es sieht so aus, weil offensichtlich ist es ein Nachtfuchs. Und jetzt kommen wir noch zu Nachts Zynin. Ah, okay, 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 okay. Und da zeigt er nochmal irgendwas am Ende. Gehen wir nochmal darauf ein. Ah, ich glaube, jetzt geht es hier nochmal an die dritte Waffe, die da vielleicht ist. Das hier sind auf jeden Fall unsere beiden Waffen, die das Tempo auf 100% erhöhen, des möglichen Tempos. Und das ist... Oh, Basim's Schwert auch noch mit dabei. Increase Speed Attack when Parrying. Angriff wird erhöht, wenn du pariert hast. Increase Speed after a Dodge. Nach dem Ausweichen bist du schneller. Nach dem Parieren bist du stärker. Also, Technik wird sein, Ausweichen, Schnell zuschlagen, Parieren, Stärker zuschlagen, Ausweichen, Schnell, Schnell zuschlagen, Parieren, Stärker zuschlagen. So stelle ich mir das vor. Ausweichen, Parieren, Ausweichen, Parieren. Und das erinnert natürlich, so ein bisschen ist es wieder, glaube ich, eine Hommage an Ezio Gameplay. Erinnern wir uns zurück an Assassin's Creed 2. Dann war es Parieren und Killen, Parieren und Killen. Und natürlich auch in diversen anderen Assassin's Creeds. Ja, war auch in Assassin's Creed Odyssey übrigens ein Ezio Set drin, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und da musst du auch immer parieren und hattest dann Heldenschlag ready und mit dem hast du dann Gegner gewonnen, Hittet, dann hast du wieder pariert, Heldenschlag ready und so weiter. Und wenn du Atlantis Waffen hattest, die den Attentatsschaden, beziehungsweise generellen Attentatsschaden in einem Kreis um dich herum machen, dann konntest du damit einfach Gegner Horden killen und immer nur parieren und Gegner Horden killen. Das war super lustig. Und vielleicht ist es so ein bisschen eine kleine Hommage da. Eine Hommage an euch wäre es, wenn ihr mal vorbeischaut und zwar bei meinem Sponsor und Partner in Neva.com, die auch jede Menge tolle Black Friday Angebote haben. Wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, dann wird mich das natürlich supporten. Hier gibt es unter anderem PSN-Guthaben, sehr, sehr günstig. Hier 40 Euro Guthaben für 34 Euro. Da gibt es dann teils 100 Euro Guthaben für 90 Euro oder so, wo ihr wirklich gut was kriegt. Jede Menge coole Games. Football Manager, der Klassiker. Alter, Skyrim einfach so teuer in der Anniversary Edition. Ich bin ja versucht, aber ich habe schon so oft Skyrim gekauft. Meine Güte, Mann. Das lässt sich Bethesda richtig gut bezahlen. Gibt es auf jeden Fall da mit dem Code Fragnad. Spart ihr nochmal 5% auf alles, wenn ihr euch irgendwas kauft. Zum Beispiel Skyrim in der Geburtstagsedition. Fragnad hier eingeben. Dann habt ihr das nochmal bedeutend günstiger. und supportet mich so. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wie sagt man so schön? Bis später. Euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke unten aktivieren. Das wäre legendär. Frohe Weihnachten, frohe AT-ATs und Stormtrooper. Bin gespannt. Also heute treffe ich wahrscheinlich nix. Gehe ich mal von aus. Ciao, euer Vau. Tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragnad und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnad. Bis später. Euer Peter. Wollen natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Wollen natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Wollen natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.